Devolo DLAN 200 AV Wireless N Einer für alle. Der neue Devolo Adapter vereint auf perfekte Weise zwei Welten der Netzwerktechnologie in nur einem Gerät. Genießen Sie WLAN im Highspeed N-Standard und die DLAN Homeplug-Technik in jedem Raum und jeder Etage Ihres Heims. Denn über Ihr hausinterne Stromnetz wird jede Steckdose ganz einfach zum WLAN und DLAN-Zugangspunkt. Für Ihre WLAN-fähigen Geräte wie Notebook und Smartphone bietet der DLAN 200 AV Wireless N ein Turbo-WLAN mit einer Datenübertragung von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Für andere netzwerkfähige Geräte verfügt diese Powerline-Zentrale zusätzlich über drei klassische Netzwerkports, an die Sie Internet-TV, Blu-ray-Player und Playstation mit bis zu 200 Megabit pro Sekunde anschließen können. Ideal für Ihr Wohnzimmer, aber auch für das Homeoffice. Denn der DLAN 200 AV Wireless N eignet sich besonders für Räume mit einer Vielzahl von netzwerkfähigen Geräten, in denen auch gleichzeitig eine WLAN-Zone entstehen soll. Eben einer für alle. Sie können aber auch ganz einfach mehrere WLAN-Zonen einrichten, falls Sie voneinander unabhängige Zugänge benötigen. Für einen sicheren Betrieb sorgen die integrierten Verschlüsselungsknöpfe für WLAN und DLAN. Und sollten Sie Ihr WLAN einmal nicht benötigen, dann lässt es sich durch den Ein-Ausschalter einfach deaktivieren. Die Volo DLAN 200 AV Wireless N. Unsere Antwort auf die Herausforderungen einer vernetzten Welt. Mit drei Jahren Garantie. Mit drei Jahren Garantie. Von DLAN 200 AV Glen Mir Light Lofer Mit drei Jahren garanzlei Infuziten. • Sensation rugbying ein paar кноп LA킨,창